Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Chalkogene, die Elemente der sechsten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Das ist Teil 4 Reaktionen Sauerstoff Den Sauerstoff der Luft benötigen sowohl Mensch wie Tier. Auch die grünen Pflanzen haben etwas mit Sauerstoff zu tun. Die grünen Pflanzen produzieren Sauerstoff und sowohl Tiere wie Menschen atmen ihn ein. Menschen wie Tiere produzieren Kohlenstoffdioxid, CO2. In den grünen Pflanzen läuft die Assimilation ab. Dabei wird Kohlenstoffdioxid, CO2 ausgenommen und Sauerstoff, O2 ausgeschieden. Sauerstoff ist ein... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.